Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, 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 schön. Schick, schön. Ui, Ui, Ui Ey, leg mal auf hier vor Was ist das, was man nicht alles machen muss? Was ist das, was man nicht alles machen muss? Ja, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh. 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 Auch nochmal deutlich zu machen, dass natürlich die Energieerzeuger fast die Hälfte des CO2-Emissionen verursachen und damit die größte Verantwortung tragen. Das ist auch nochmal ein Bekenntnis von Otega, aber auch nochmal eine Motivation, sich zu engagieren. Na ja, wir wollen ein Thema in die Gesellschaft tragen und zwar Klimawandel. Und wir glauben einfach, dass wir insbesondere jetzt nach Kopenhagen das Thema ganz breit zu den Menschen bringen müssen. Und ganz breit bedeutet natürlich, dass man möglichst viele mitnimmt und dass man das Thema auch ein bisschen spielerisch aufbereitet. Und die Idee mit den Schneemännern, die fanden wir ganz toll und haben gesagt, sowas unterstützen wir. Wir haben einfach die Hoffnung, dass sich möglichst viele Leute nochmal mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen und für sich dann einfach auch mitnehmen, dass wir alle bei dem Thema gefordert sind. Und zwar in unserem täglichen Verbrauchsverhalten, in unserem täglichen Leben. Und wir hoffen, dass die drei Tage ein bisschen dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen hier in Berlin. Also Energieversorgung weltweit trägt etwa zu 30 Prozent der CO2-Emissionen bei. Und ohne dass die Energieversorgung sich des Themas annimmt, wird es keine Lösung des Klimawandels geben. Darüber besteht aber, glaube ich, sowohl in Wirtschaft, Politik und auch Wissenschaft absolute Einigkeit. Wir sind Teil des Problems und wir müssen Teil der Lösung werden. Ich glaube, Ökologie und Wirtschaft kann zusammengehen. Bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen ist das aber schwierig. Bei dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem werden Leute belohnt, die Umwelt ausbeuten. Umwelt ist kein Kostenfaktor und das wäre das Wichtigste, das zu ändern. Denn solange umweltschädliche Firmen billiger wirtschaften können als weniger umweltschädliche, ist es ein Problem, umweltschonend zu sein. Ich glaube, Deutschland kann ein schlaues, zukunftsfähiges Industrieland sein. Klimagerecht und angemessen strukturiert sein, deine Emissionen auf minus 95 Prozent, also quasi CO2-frei runterbringen. Das bedarf allerdings einer wirklich drastischen Anstrengung. Wir sind ein bisschen hohe Aktion, Energie, 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 Energie von Türen, Wir sind ein bisschen hohe Aktion. Wir sind hier. Wir sind ein bisschen hohe Aktion. Wir sind in der Chemie. Okay, ja! Bautschneid Hau mal rein, Kinder! What about the A's? I pray that you can find this direction again into your heart and truly believe in yourself and your own beauty I think it's so important that we all sit together and talk Wir müssen als Branche erkennen und auch als einzelne Unternehmen dass wir im Kontext der Klimaerwärmung einen Problemfall darstellen Willst du jeden Moment wahrnehmen? Was wir da oder was dann errechnet wurde war, dass es durchaus geht. Man kann auf bis zu minus 95% Reduktion kommen bis 2050 Die Leute, die diese Jobs haben werden, die können heute noch nicht sagen, ich möchte diesen Job haben Ich möchte diesen Job haben Schuss Mein Name ist English. Mein Name ist Englisch. Peace!